Für wen eignet sich Thermowäsche? Thermowäsche eignet sich grundsätzlich für jeden, der Wert auf Tragekomfort bei Sportkleidung legt. Der hohe Tragekomfort von Funktionswäsche hat seine Wurzeln in der wichtigsten Grundanforderung an. Funktionelle Sportbekleidung Was bringt der Funktionswäsche beim Sport? Wer sich viel bewegt, der schwitzt auch viel, das ist nichts Unnormales. Denn Schwitzen ist die natürliche Klimaanlage unseres Körpers. Durch das Schwitzen verhindert unser Körper den Stillstand des Kreislaufs durch Überhitzung. Was kostet Thermowäsche? Für gute Thermowäsche aus kontrolliert ökologischer, sozialgerechter und tierfreundlicher Produktion musst du tiefer in den Geldbeutel greifen. Kunstfasern sind grundsätzlich etwas günstiger als Merino-Wolle. Wo kann ich Thermowäsche kaufen? Thermowäsche kannst du in diversen Online-Shops aus unterschiedlichen Materialien und in allen Preisklassen kaufen. Du solltest aber unbedingt darauf achten, dass es sich um einen seriösen Anbietern handelt. Was zeichnet Hightech-Fasern mit Funktionssystem aus und was sind ihre Vor- und Nachteile? Viele Hersteller von Thermowäsche schlatten ihre Wäsche mit Hightech-Fasern aus. Sie hat zudem ein Funktionssystem mit verschiedenen Zonen. Dass die Temperatur jeder Körperpartie je nach Bedarf optimal reguliert. Was zeichnet Merino-Wolle und was sind ihre Vor- und Nachteile? Merino-Wolle zeichnet sich vor allem durch die natürliche Funktionalität der Faser und das Tragegefühl aus. Ohne sich nass zu fühlen, nimmt die Wolle rund 30% ihres Eigengewichts an Feuchtigkeit auf und gibt diese gleichmäßig an die äußeren Schichten ab.